Wir sind hier in Whistler-Blackcomb, dem größten Skigebiet Nordamerikas, natürlich logischerweise auch das größte Kanadas. Und das ist ein Skigebiet wirklich für jedermann. Vom Anfänger über mittelgute Skifahrer bis hin zu absoluten Profis. Alle finden hier perfekte Bedingungen und perfekte Runs. Whistler-Blackcomb ist ein Gigant mit den beiden Bergen. Wir sind hier auf Blackcomb, drüben ist der Whistler-Mountain. Wir schauen direkt in die Whistler-Bowl hinein, eine der extremen Möglichkeiten für gute Skifahrer. Und um dieses gesamte Potenzial nutzen zu können von Whistler-Blackcomb, da muss man sich auskennen. Da muss man ein guter Skifahrer sein, aber man muss sich vor allen Dingen auskennen. Und die beste Möglichkeit für Gäste ist, dass hier zu Extremely Canadian zu gehen. Da sind die Freeride-Jungs und Coaches hier von Whistler-Blackcomb und die bieten zwei Tagescamps an. Und in diesen Camps ist man mit Coaches unterwegs, nicht mit Skilehrern im eigentlichen Sinne. Die Jungs sind viel, viel besser. Das sind viele ehemalige Freerider und Freestyler und die haben unheimlich viele Tipps auf Lager, bringen einen technisch wirklich auf Vordermann, damit man die Extremsten, die Double Black Diamond Abfahrten hier perfekt und sicher fahren kann. Und sie zeigen einem vor allen Dingen alle geheimen Einstiege in die besten Abfahrten hier. Mit Extremely Canadian ist man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schnell ein bisschen vertraut mit dem Skigebiet und kann dann wirklich das ganze Potenzial nutzen. Und das Potenzial von Whistler-Blackcomb ist riesig.